Oh Scheiße Ähm Fuck Alter What the fuck steht denn einfach hinter mir Noch ne Batterie vielleicht Ja halt's Maul, hör auf zu riechen Jetzt ist gut Ich muss mal irgendwie vor dem flüchten Scheiße ich kann nicht mehr reden Verpiss dich Hey Hey meine Süßen, ich bin's Mr. Player TV Einen schaurig schönen Tag wünsche ich euch Und willkommen zu einem neuen Projekt Und zwar Outlast Was hast du denn für ein Problem Na wer hat sich erschreckt Ich glaube ich würde behaupten Ich verpiss mich lieber ne Hau da rein Hau da rein What the fuck Was war das gerade für ein Steroide-Testimonial Was macht ihr hier? Moin moin So wie es aussieht Schaut hier gerade gute Zeiten Schlechte Zeiten Also so würde mein Fernseher danach auch aussehen Also wenn man den ganzen Tag hier rumhängt Und sich das ansieht Das ist wirklich sinnvoller als Richtiges deutsches Fernsehen Wirklich sinnvoller Mein Respekt Jungs Ihr schaut was sinnvolles Und da ist auch nochmal ne Hand drin Also wirklich Das ist wirklich ein Griff ins Klo Wie Griff ins Klo Also ich wieder mit meinem Flachwitzen Oh scheiße Ähm Fuck alter Geh da mal nach Hause ne Lauf, lauf, lauf um dein Leben Lauf, lauf, lauf um mein Lauf, lauf, lauf um dein Leben Lauf, lauf, lauf um mein Lass mich hier raus Batterie Also das war schon mal ein bisschen knapp Würde ich behaupten In der Tat Bleibst du von mir weg du Bastard Ich hab noch anderes zu tun Verpiss dich aus meiner Zelle Die bitte Sackgasse Geh mir aus den Augen Was zum Teufel Nein Ach weißt du was Du gehst mir am Arsch vorbei Oh scheiße Nein Scheiße ich hab Y gedrückt Fuck jetzt sind wir am Arsch Wenn du ne Batterie für mich hast ne Oder weißt wo eine ist Dann sagst du mir das bitte Was ist ja hier Laufschlampe Laufstyle Laufschlampe LAUU Bin ich gerade gestorben Ich bin gestorben Ich bin gestorben oh shit fuck scheiße lauf schlampe lauf wo geht es dir raus hier Bastarde ach guck mal ach ne nicht schon wieder Ventile lass mich raten Steroide Testimonial im Anmarsch wenn ich Ventile öffnen muss ja warum wo ist das Steroide Testimonial jetzt kommen wo ist das Steroide Testimonial jetzt kommen oh ne bist du irgendwie geistesbehindert oder so what the fuck digger digger will er mich ficken jetzt habe ich nicht ich sollte den Y-Knopf so was habe ich gesucht na gut halb so wild guck mal da klebt jemand an der Band hier ist mein Nasser Bruder mmmm epic fail was kann ich denn dafür wenn der mich absticht noch ne Batterie vielleicht ja halt's Maul hör auf zu riechen jetzt ist gut ich muss mal irgendwie vor dem flüchten scheiße ich kann nicht mehr reden verpiss dich ja komm schlag mich doch komm ich zeig dich an bei den Bollen ja 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 aber was muss ich tun was muss ich tun was willst du tun da was einfach nicht aufhören will zu laden werde ich dieses Let's Play offiziell für beendet erklären ob jetzt hier nachher noch ne Szene kommt das weiß ich nicht wenn dann werde ich sie mir aus dem Internet runterladen und euch dran schneiden ich verabschiede mich von meiner Seite aus danke fürs Zuschauen es hat mir schrittlich Spaß gemacht das durchzuspielen manches war ziemlich nervig aber ja gut jedes Spiel hat so seine nervigen Stellen haut rein freunde also das durchzuspielen Vielen Dank.